Musik Der war gut. Au. Willkommen zur... zurück. Willkommen zurück. Willkommen zum neuen Let's Play Killing Floor? Killing Floor? Ja, Killing Floor. Ja, wir haben schon zurückgesagt, weil wir hatten doch schon mal alles aufgenommen. Ja, wir hatten schon mal aufgenommen und dann hatten wir irgendwie 45 Minuten oder so aufgenommen. Und dann hatte ich 15 Minuten, ungefähr 20 Minuten Videomaterial und so. Und ich bin der Maugrim macht 8, ne? Ja, das hätte ich auch später gesagt. Und deswegen drücke ich jetzt schon mal auf, Heidi. Der Sende, ich bin Support für Spezialist Level 5 und Maugrim ist, weiß nicht, was weiß ich. Kommande. Kommande. Kommande, der Sende. Ja gut, wer das Spiel kennt, das ist ja sehr gut. Also es ist ja gut, wer das Spiel kennt, ja. Also es ist eigentlich nur so eine Art Zombi-Shooter. Hier liegt eine Axt. Okay, jetzt nicht mehr. Du könntest auch keine Militärer und zum Zombi-Zoom. Nö, da vorne. Auch daneben schießen. Daneben, ich kann nicht mehr spielen. Ich kann nicht mehr spielen, ich schieße da unternehmen. Ich habe den einen den Arm abgeschossen und so bis zu gestorben. Ich kann das Spiel nicht mehr. Äh, da ist ein Gegner. Ich war gerade am Nach... Ähm, übrigens, ich habe mir mal die alte Aufnahme hier angehört. Wow. Und, ähm, wenn ihr mitten in der Aufnahme einfach, während ihr am Nachbleiben behältet, klick, 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 klick. Ähm, lasst doch nicht stören. Ich hämmer dann übelst auf meine Maus ein. Ja, weil manchmal kann man das nachhören. Hier ist eine Axt für dich. Was? Da liegt eine Axt für dich in der Ecke. Cool. Fettsack. Oh, schade, ist tot. Oh, den Fettsack. Oder ist ein Gegner. Willa hat der Bewheel berichtet. Fettsacking von dir. Nicht. Ich finde es ging gerade ein bisschen laut. Nö. Nö. Ich kriege etwa durch. Ich muss aber nicht heute. Mann. wir hatten aber wir haben ich weiß aber wird mich eigentlich verarschen hier liegt man hier also musst du keine Moni auch hier jetzt musst du doch nicht kommen ich steile mich mal erst mal kann ich mich selber heilen was soll es soll er ja es kam ein zweites Gerät du in der Nähe kann ich mir etwas leisten die Bullpup verkauft wird noch eine Achtzichtung die aktive kohle auch ich benutze keinen marken brauchen und das ist so die ak mein lieblingswaffe nur so und ja hast du dir eine röpfung gekauft er heilig macht oder so ich das mann und noch zu ich bin schon wenn ich hier nicht so macht es gibt noch nie aber jetzt nur die vollgekauft und bringt mich doch belegt hat kommen wir haben die Prozent für zum Keller gar nicht zugemacht und die Fenster auch nicht ja wir sollten runtergehen oder hier ist gar keine Tür auch doch und mein Keller ja gut kommen wir in den Keller komm durch komm durch ne muss ich besitzen und schädig hier nicht und wenn du die Tür zu macht dann beschütigt die Euro komm mit muss ich jetzt nicht mehr so gut Ich hab irgendwie Angst. Ich hab sie gehoben. Hier liegt ein Shotgun in der Ecke. Hier liegt ein Shotgun. Hast du die mitgenommen? Äh, glaub. Das ist die Start-Scharfschützen-Waffe. An irgendeiner Tür sind sie. Hier liegt noch Moni. Ja, hier an der Tür. Schön, was ist noch? Das ist wirklich eine Start-Schutz-Waffe. Ja, die ist recht gut, ne? Na, das ist die Start-Scharfschule. Ich glaube, man auch gegen die Tür. Warum geht er weg? Ich will nur sagen, ich werde eine Granatereine, wenn du... Mit dem Messerrecht zu gehen. Nee, ich muss den Gegner noch. Ich gehe mit dem Messer vorhin, okay, gut, ich gehe mit dem Jax. Ich muss nachladen, sorry, ich kann dir nicht helfen. Arme ab! Die andere Tür? 22. 13. 12. 11. 6. Boom! Ey, man kann auch springen! Ich stehe vor der Tür, ich klatschte alle, ey! Ich klatsche es alle! Ah, fetter Nemo! Großen Trader. Das war jetzt gar nicht spannend, oder so. Ich finde es aber gerade ein bisschen dunklig. Dunklich, ich finde es dunklig. Was? Licht an. Hab ich doch. Ja, wie macht man das nochmal an? Ich hab V gedrückt von hier, das Wort. Oh nein, ich weiß, wo der ist. Ja, da wohin mal. Nein, ja, da wohin mal. Gehle, Moni! Schön für dich, Bruchig. Ey, ich kann gar nicht mitnehmen! Du hast doch die Axt benutzt, du voll Idiot. Okay, das ist sehr gut, denn da hab ich jetzt voll nur die, da auch mit ne Kamera. Meine Rüstung reparieren, Handkanone! Die Duel 9mm verkaufen und dafür kommt mir die. Die für Action verkaufen. Wie viel Geld hab ich 800? Schön. Ich hab 100, wenn du was brauchst. Äh, ne, da bräuchte ich schon mehr. Ja, ja. Alle, von der 60. Das ist für eine Rüstung der hessischen Rüstung. Ich bin hier so ein hübscher Commander und du hast auch so eine hessische Rüstung. Ja, schön geschützt, eben. Kommen wir jetzt schon mal zum nächsten Trailer. Wo sind wir? Doch, wo ist langlauf? Im Keller oder was? Oder da hinten bei den Boten. Ich glaube, im Keller ist der jetzt nicht. Ja, gehen wir zum Boten da. Genau, ich stelle uns wieder oben da über den Tonleinger. Weiß ruhig mal? Ja. Unsichtbarer, Ne, Emil. Komm, unten. Ja. 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 Nein. Das war mal ein halber verzusteell. Dankeir. Das war ja und da gehst mir nichts預備. Darin bleibt seine Mä wohl nichtsовалиkt. Auch das war Ihre Siege dazu. Nicht, nein. Da habe ich contaminiert. Z buschtков. Frage dynamic 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 Warum enforcement 756 dynamic 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 Пр & zwischen Bumerang Bumerang Wo fähig in den Gerät abdrücken und schüttelt sich und plötzlich hat er keinen Kopf mehr Da kommt einer ohne Kopf zu uns Ich muss auch nach hinten hören Ich muss auch nach hinten hören Weißt du steht einer hinter dir und der dreht sich jetzt Lass mal um Unsichtbare... Ich sehe unsichtbare Menschen Ach, ist hier im Boothaus? Das ist gut, aber meine Moni Und was für den Außenbord aus? Boothaus Lack dahin nicht nur rutscht Ja Und ne Handkennen Dule Handkennen Leine normal Ich verkauf mal meine Shotgun Oh, hast du den Zufall tausend? Ja 1600 Aber ich brauche die selber Wie bleibt noch übrig? Ich brauche 2500 Jetzt bin ich bei 2000 mit 500 Okay Hab dich mal gepiekt Ich picke dich gleich Danke Nächster Trader ist im Keller Ach nö Aber ich finde das ist Das ist eine der wenigen Spiele In dem das Taschenlampen auch richtig Nicht richtig echt aussieht Mit dem Punkt in der Mitte, ne? Meins? In das Wort ist es ja auch nur so'n großes Lichthüll Ey, hier ist ne Kerbe noch Schon mal gesehen? Tür zu Ich geh zu anderen Tür Ich bin dabei die Tür zu schließen Ja K Da runter Hey, hier liegt ne Waffe auf dem Boden Da ist grad aufgelöst Du lieg' nur Handkennen Ja, bei mir stand Connor Carey Ich hör'ne Schreifie Du auch? er geht immer da gucken ich habe hier drückt und so hier und so er guckt immer da ich möchte weiter stehen und die Welt ist die Tür tot die andere Tür bei 60 hier hängt einer oben an der Tür auf der anderen Seite ich wünschte dass man Granaten halten könnte dafür noch mal ich habe ich habe Gegner ich will er ist gar nicht hier die Welt hier und sie durch ich würde ja allo du wird noch die Ecke und er kommt so ein Typ mit Raketen der Flamme vor oder was hier kann keine Ecke kannst du noch was tragen Lauf. Kein Ahnung. Wo? Hier. Oh! Da hinten in der Ecke hier. Ach, das ist der letzte Knie. Na hier bei mir! Hier in der Ecke. Kill mal dem Feind nicht, das ist der letzte. Kannst du den mitnehmen, ne? Ich sehe immer noch keinen Pumpgun. Die liegt da hinten in der Ecke, wo du gerade standest. Hast du mitgenommen? Die hast du mitgenommen. Oh. Äh, hab ich nicht. Wir haben immer noch elf. Elf was? Kilogramm. Guck doch mal ins Inventar. Auf Platz 3 müsste die sein. Ein Shotgun. Genau die ich hab. Wo ist die Waffe hin? Die lag vorher nicht mehr da. Ähm. Ja, ich hab's aber nicht. Die haben wir schön verkaufen können. Jetzt mehr ins Tor. Ich verkaufe meine Handkern. Ja, ich verkaufe die Duel und die Shotgun. Jetzt hab ich... Du kennst ja meinen Granaten mehr vernamen. So, jetzt hab ich die Hand. Kannst du mir noch hundert geben? Warte. Äh, ich hab' jetzt meinen schönen Granatenwerfer. Reicht nicht, ich brauch' noch einmal. Okay. Okay. Jürgen. Ich bin nicht leid. Warte, 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 bleibchen. Ich trag' 14 Kilo. Ich trag' 14 Kilo. Ich trag' 14 Kilo bei mir. Ich hab' eine schön automatische Schatten. Und ich hab' und ich hab' mit Granatenwerfer. und hier ist Moni ich sehe keine Gelegenheit ich hab aber was ich hab grad wo t tschüss oder konnte er könnte sie hebt hinter uns kommen auch ein paar kleine fische ich muss nachladen, das passt gar nicht ey, geh weg hinter die ja, ich muss nachladen ja, ich muss nachladen ja, ich muss nachladen ja, ich ich sehe die geht gar nicht die Jäger sind halt unsichtbar, wie ganz in die Sinn oh, auch dass er gerade hat, wie die Werfer wieder rechts legt Moni, ne die Hählingsweichen fetter Häh! 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 Mannst du mal schnell nachladen was night Häh! Oh, scheingle Gefühl abgeschlossen, du Vollidiot! Häh! Kannst du auch oben lang Toll! Ich hab's so abgeschlossenーい das noch zu 진짜 aber mit beiden Lüge ein paar erlaubt man nicht ich kann auch noch eine Runde ohne Geld auskommen dort soll ich mir Zeit vom Kaufen oder wie viel er auch er braucht so er ist sicher dass es für das ist und ich habe 1.500 der 1.600 und ich habe keine Pfeilbomb gebaut Kauf Pfeilbomb warum du erinnern hat eine Pfeilbomb und warum okay ich habe kein Geld mehr ich habe noch neunhundert die Teils der Pfeilbomb 1.500 ok wo soll ich die hinlegen alle an das an den Durchgang da hinten nein so und jetzt denkst du noch nicht zu denkst du noch nicht zu denkst du noch nicht zu so machen da liegt ein Pfeilbomb ich kann es auch oben an die Fenster werfen aber ich glaube so kann es nicht werden nämlich die oder die die Liedlung Pfeilbomb 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 die Köln und Pürbben ich weiß welche und denken dann Wurzeln Ich hab dir grad das Leben gerettet. Da liegen Pipe-Bombs, ne? Ich lade nach jedem Schuss nach. Ja, was hast du denn? Ja, was hast du denn? Ja, was hast du denn? Was ist das hier? Ich glaube, da kommt noch. Ich geh in die Ecke. Naja, hey, hier liegt was. Ne Bullpup. Hier liegt ne Bullpup. Ne Bullpup. Ich bin voll, ich hab 14.15. Ich geh mal ne Bullpup. Wie kann man Sachen wegwerfen? Keine Ahnung. Hey, ihr ist anvisiert. Das war unsichtbar. I? I ist anbietig. Ah. Gut zu wissen. Ja, wo bleiben die Gegner entlang? Ich höre hier Gegner. Ja, ja, natürlich. Aber das mache ich eben. Oh, sind da viele! Da liegen Pipebaums, geh weg da. Hier sind da nicht mehr viele. Du machst das genauso wie ich. Immer ne Granate reinwerfen, wenn dann ganz viel anfällt. Hindu Das ist weiter 나와m Пол Treffer Treffen. Schwierig Woa. Oh oh! Ja!